ja ja für meine zuschauer es tut mir sehr sehr leid zwei videos haben bei mir rumgebacken die konnte ich umgebacken hätten sie rumgebackt hätte ich sie trotzdem aufgeladen aber irgendwas ist mir empfehle gelaufen kann es ja das videos geht da ich verliebte noch vorliegen wird ja ja ich mache den tag und jetzt sind wir bei der belgungsaktion für meinen zuschauer das ist erst mal oder australien ist so nett und schickt mir bei bieter ist er wollte ich gerade sagen ich habe meine videos aber schicken wieso machst du die auto aus ja weil wir stehen auf realismus hat das ist wieder hingelegt der ist schon wieder müde der traktor er ist jeder traktor müde ja ja also wir sind hier und fast glaube zwei folgen schon mit der bergungsaktion also der schweizer karl entfahren nein nein ich bin nur zwei drei karmalium die kurve gefahren das video brauche ich ja eben grad sicher ja kannst du gerne anschauen was solltet bist hey da fackt wieder was rum ich glaube wir hängen hier im kran fest sollte ich sehe glaube ich oder ich glaube das sieht so aus ob der kohle hätte ah warte ja auch ein heckgericht ähm ja der kran hat kohle und da hängen wir gerade fest hast du sie bei f5 gesehen ähm nein warte ich muss kurz zum händler okay ich warte hier ich hoffe nicht weg keine zürge 2,4 händler hier krasse noch nicht aus nein ich bin nicht noch nicht was hast du gemacht ich habe gar nichts gemacht da jetzt ähm ja in zwei folgen bin ich dann auch wieder da weißt du bist da was so ja du kannst ja mal den anderen träger zu lang nehmen und äh schon mal das feld 62 ansehen nö ich gucke aber jetzt ein gruppern brauchst du nicht du kannst du mit der satmaschine drauf fahren für was haben wir denn grubber doch wir wollen gruppern da steht warte hier steht nur weil es die maschine kann man mit felder bestellen bei der anderen wo direkt zur tat steht bietet zudem möglichkeiten zu direkt zur tat nimm die satmaschine ich kenne mich langsam mit ls aus ich war jetzt grubbern ich war jetzt grubbern kannst du natürlich auch machen ja mach ich auch wir brauchen gps und wieder bin ich in den falschen weg herring gefahren so ich fahr jetzt was so fällt 25 hoch nein 25 muss noch gepflügt werden na das haben wir doch gepflügt verarsch mich nicht das haben wir dann letzten das menü der richie hat das in der letzten folge gemacht sogar ob sie passen am bist du sicher das ist gepflügt sicher ja mach es junge junge was hast du da gemacht junge was hast du denn hier angestellt was ist denn jetzt schon wieder los geh aus dem trucker der traktor geh mal aus dem trucker bin ich doch guck mal der traktor und der ballwagen ist ja voll umgekippt was was ist denn hier angestellt was ist denn hier alles auf der seite was ist denn hier angestellt man geht halt nicht mit mir ja eben ja jetzt hat sich gelacht wenn das gewicht nicht geht wenn der hebt vorne ab das ist überhaupt nicht halt mir schauen gut auch bisschen beim händler ja also geht bei mir lüte meiner weniger außer die bergung dazu die er nicht so gell ja die geht bei uns beiden nicht lüte warte mal kurz du warte mal nein nein scheiße es ne ja wouw 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 gott o god was macht der schweizer hallo dass er nichts so ist dass er nur doof rum steht und nichts macht mann schweizer so es sind jetzt hier nur schönen während schien was ich war zu schnell ich konnte es ganz genau lesen so und leider auch dann ich bin ich bin was aber und was das gelagert schweizer wofür hast du dann lange da ist noch kein weg ja da ist überhaupt keine bauern geld das darf ich so voll bei ihm nächster plan die hat ihre schlüpfe draußen was was doch nicht was hat sie draußen ich bin so sozialen wartet sogar auf dich so ich weißt du was war jetzt gerade dann habe ich was habe ich habe ich bekommen essen was habe ich bekommen von meinem lieben das ist doch nicht ein zusatz geld für die ostern und das geld für die ostern hat er mir jetzt schon geschickt als stadt am fünften und ich habe natürlich hätte ich jetzt geschafft eigentlich von dreieinhalb viertausend und wo gehe ich weil ich habe ja in der jetzt ist rumgehängt jetzt hat es gepackt ja und in der welche ich manchmal roboter sprache wo fährst du jetzt hin alter ja ich bin falsch gemacht nein eigentlich nicht auch ich musste ja da muss ich selber hin und natürlich was hat mein chef gemacht er hat wieder den burner drauf gekickt und hat mir gesagt der lohn wäre eigentlich der lohn wäre eigentlich 4,5 hat er mir gesagt komm ostern geld 2000 wer drauf hast du 6,5 alles ist halt es ist halt das hast du gar nicht verdient alter weißt du wie ich habe geboren also wir weißt wie habe ich geschafft gar nicht als garten kaskaden gespielt was aber du arbeitest und wenn es ist das hat er mir noch ab ein großen grüßte haben all natürlich ein kleines ein was ein kleines sei er ob so wir haben er will auch fressen ist das schweizer jünger ich habe es pumpen gehen dann frisst er die schokolade es ist und dann wer weiß ich es ist ja schon die Big Macs versteckt was der Ostern ist da kann er suchen gehen statt eine Suche Backpack suche ist nicht schon den großen haas bei dir gewesen ich habe ich gefangen den großen haasen macht aber so ein meter 50 gefangen wie seit wann hänge ich dann hier bitte ja seit wann hänge ich hier kommt näher dran schieb zurück schieb zurück du machst du schon die ganze Zeit nein jetzt ist mir gut da kann ich was machen bleib mal stehen nö n oder der Aufnahmung weiß ich das geht ja vorne aber ich denke ich wieder in meinem Träger also die zweieinhalb Tonnen haben gar nichts gebraucht da bist du das na jetzt jetzt hast du das komplett verdient die Deichsel jetzt kann ich äh du geht das vorne nicht was machst du du soll auch mal abheben soll du ja bumm Tore ist er ja johann das ob um im ich weiß was mit einem Desaster lassen was so zieh zieh Lässt du die Spannkurte mal dran? Nee, mach ich nicht, denn sonst kommen wir nie. Warte, hängst dran vorne, häng, häng dran! Ey, ich komm, ich will uns bewegen. Mit oder weniger. Jetzt sind sie so blöd, jetzt tu doch was! Bewegt den fetten hinteren den Traktor, Junge! Da ist ja 100 Folgen für den Dreck hier. Als ob, ehrlich! Was möchtest du, Frick? Ähm, ja, da ist was passiert. Komm nicht mehr zurück! Arzt ist ja nicht ehrlich! Komm nicht mehr zurück! Oh, da schläft ein Ball raus! Durch die Spannkurten! Nice! Vielleicht bei uns nicht mal mehr die Spannkurten halten vom LS! Wir müssen das anders machen! Wir müssen den Hänger zurücksetzen! Dann müssen wir die von Hand rein machen! Häng den Hänger! Ja, jetzt! Jetzt! Warte, warte! Warte! Ich, äh, häng den an! Häng den wieder an! Mach dich besser ran! Oh, oh! Dann hätten wir jetzt die Abschleppstange, hätte ich mit dem Pen vorne gezogen! Ja! Geht das nicht mehr! Ich glaub doch das nicht! Ich krieg dich riesen! Warte mal kurz! Ich wirst du kurz was klären! Ähm, ein Moment! Na klar! Komm nicht raus! Oh, mal! Oh, ganz zu spür! Wollte grad einen Besantmann machen! Der Schweizer gefangen! Mal, es war ein guter Plan, aber der Schweizer kann leider nicht fahren! Nein, es war der Ostrein! Ich hab das auf Video-Band! Du?! Ne, dann wird es in der Kaputt gegangen! 1, 2 Stück! Ja! problematic bzw. EeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeJeosh- Hallo das war ne- Ja komm, irgendwie wurde doch nicht mehr facile! … Ja! Jaa! Klappt das sehr gut! ja Prozent der Schweizer die Saison vor der Welt ja der Geist mit diesem Alter hallo was er sein vor aber später anders ja ich sehe sie gesellschaftlich Schwarz vor Ostern Alter ja ich glaube er hat die Beile weggeleitet Jungen! Hallo, ich muss euch hier weg, Junge! Verpiss dich mal mit dein billig Ding da, hallo! Macht es heute mal nützlich! Ich hatte mich gedreht, ne Junge! Gern geschehen, muss ich dich nicht bedanken bei mir. Nein, ja sicher. Mach's doch gerne. Lass die Ballen! Ja, warte aber zu, Junge! Ach, du fährst wie ein Rentner, Alter, Junge. Ich bekomme hier noch nen Anfall. Oh! Wiedervollt! Ich hab ne normale Gabel dran, wenn du hast es gemerkt. Ich hab nicht ne Ballengabel und ich schaff's trotzdem. Nein. Ich schaff zwei, heißt der? Oh! Ja, ich hab zwei. Ja, der ist kein. Verpiss dich! Das sind, das sind der Folgen hier, alter Leute. Ja, ich hab die Ballen nicht mehr. Jetzt. Nein! Er sickert durch! Er sickert durch! Ah! Jetzt! Lass! Jage! Hörre! Hörre! Nein! Hörre! Jetzt! Lass! Jage! Hörre! Du, Nackenklatscher, das wir sehen, Junge. Da kommst du erst auf ne Schweizer rübergefahren, Junge. Ja, für einen Nackenklatscher, das ist gut. Mhm. Gute Idee. Ja. Es war nur der Richie, die No Cumulation in die Kamera nicht einnehmen. Alter, ich... Alter, Junge. Nerv mich. Ich? Das weiß ich. Nein. In Thüringen. Ach so. Jetzt geht's einigermaßen. Mhm. Hat sich echt gelohnt, der ganze Aufwand. Echt. Naja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn mit zwei Ballen aus? Ich weiß einfach noch zehn Jahre rum. Ich fahr da rein, hab'n Ball und fahr wieder. Ich weiß, er ist da immer noch. Letzte. Kann ich zwei auf einmal nehmen. Irgendwatt ist sie. So, wie ich schon gesagt, du hast es leid ne Gabel füttert. Ich hab'n nicht mehr. Ich hab'n nicht mehr. Ich hab'n nicht mehr. Ich hab'n nicht mehr, Junge. Oh. Oh. Was hat die jetzt schon wieder gemacht? Ich hab'n nicht mehr mit dir auf. Nein! Oh, Mann! Du bist nicht mehr. Geht's dir sehr gut, gell? Es ist halt zur Wand. Hätt' ich gar nicht so erwartet. Weißt'te? ich hab zwei ich hab zwei was war so denn ah das sieht ablos das ist das ist tatsächlich so aus der Dürmer das wundert mich meiner hat fast kein Diesel mehr drin als ob wie viel Liter ja nur noch ja das reicht muss ein bisschen Spaß aber fahren warte wie bekommen wir die Ballen da oben weg runter warte weg jung weg es ist nicht auf wird die Ball alle warte jetzt hab ich gar keinen warte 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 mir nervt das Tränen ne in es ist warte warte ja Ich kann nicht mehr Junge, du warst nicht fertig. Komm fahr zu Junge, fahr! Weißt du, was ist der einzige Unterschied? Ich muss dich nur drehen. Junge! Der einzige Dreh! Äh! Lass mich durch! War schon nicht so fett hier, oder? Er muss haben MF... Ah, doch! Er muss haben MF gewischt. Ja, äh, ja, haben wir. Ich hab's gekauft. Ja, guck, wir haben fast 20k. Ja, sagt sie. Naja. Ja. Ypsilon! Nein! Junge! Ja, ne! Ja, ne! Was hast du denn? Oh, äh, Junge. Die Folge ist 25 Minuten. Egal. Lauf dann wie geschmiert. Hallo! Motri ab! Okay, das, was für diese Folge... Weißt du, was die Folge gefallen hat? Also, uns hat's übelst viel Spaß gemacht. Oder bis jetzt mal nächstes Mal haut rein! Jetzt verpässt du doch mal! Ja, schau mal liebe Schweizer vorbei und bis zum nächsten Mal haut rein, ciao! людей hab's Marchant kegen, den Goos! 11. Ja, schau malidee auf mich. Zeig, den Happy YouTube. Schwer malidee auf mich. Beionesa!